Hallo meine Lieben, heute geht es mal wieder um Römertopf und ganz viel Gemüse. Ja, das ist viel Gemüse. Ganz viel Gemüse. Wir haben ja die letzten Tage, die letzte Woche so viel gefuttert, dass wir jetzt gesagt haben, jetzt machen wir mal wieder eine ruhige Zeit mit viel Gemüse und deswegen machen wir heute einen schönen Gemüse-Römertopf und dazu ein bisschen Hähnchenbruch. Wurstfilet in der Pfanne angeputzelt. Hähnchen-Innenfilet. Oh, auch noch. Okay. Gehen wir rüber, fangen wir an. Ja, Attacke, auf in die kleine Küche. Äh, ja Leute, hier eine kleine Übersicht. Wir haben hier erst einmal Mörchen, wo noch das Grün dran hängt. An Rosenkohl, Blumenkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, Blumenkohl. Ähm, Brokkoli, ein bisschen Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, äh, da drüben sind noch Kartoffeln. Warum sage ich immer zum Blumenkohl Rosenkohl und zum Rosenkohl Blumenkohl? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Ähm, wir überlegen uns jetzt, wie wir alles hier, oder was wir alles davon hier reinschichten. Ähm, wir sind uns auch noch nicht ganz einig, was unten drunter kommt. An Gemüsebrühe, Hühnerbrühe, Schweinebrühe, Rindervorrohr, äh, keine Ahnung. Das werden wir noch im Laufe, ähm, des Videos uns entscheiden. Wir fangen, oder Manu wird jetzt nachher dann wahrscheinlich erst einmal anfangen zum Schnibbeln. Ich werde ein bisschen mithelfen. Und, ja, so nach und nach werden wir euch dann immer wieder dazu holen. und zeigen, wenn wir wieder hier irgendwie eine Lage reinknallen. Genau, so machen wir das jetzt. So, Freunde, die erste Runde ist gefüllt. Schön Möhrchen unten drin. Reicht das am Möhrchen? Weil ich esse verdammt gern Möhrchen. Ja, dazu kommt ja noch Brokkoli, Blumenkohl, Paprika kommt dann dazu. Kartoffeln kommen dann auch noch dazu. Genau. So, dann hätte ich gesagt, als nächstes, äh, machen wir eine dünne Schicht Kartoffeln, oder? Dünne Schicht Kartoffeln. Ja. Gut. Ja, genau. So machen wir das. Richtig. Oder du machst das. Du Fleißige, du. Tja, das nenne ich eine Kartoffelschicht. Was möchtest du als nächstes reinschichten? Äh, Blumenkohl. Blumenkohl. Hätte ich vorgeschlagen, so kleine Röschen machen. Ja. Und die halt so mit Rapieren und dem Brokkoli dasselbe spielen nachher. Genau. Ja. Und dann überlegen wir uns, was wir noch alles rein wuchten. Paprika. Zwiebeln? Zwiebeln auch ein paar. Wie wäre es, wenn wir Brokkoli und, äh, Blumenkohl ganz oben rein tun? Können wir auch machen. Ja, dann machen wir es so. Ja, Leute. Ich sagte ja, wir müssen uns selber noch überlegen, wie wir es genau schichten. Jetzt kommt die Zwiebeln drauf. Ja? Okay. Und, äh, so zeigen wir euch halt dann immer die Lagen. Jo, die Zwiebelschicht ist auch drin. Und als nächstes kommt eine Schicht Paprikastreifen rein. Ei, 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 hier geht es ja rasant weiter. Die Paprika ist drin und jetzt werden die Röschen vom Rosenkohl, nein, Blumenkohl, schon wieder falsch gesagt, und Brokkoli rausgeschnitten. Hätten wir noch einen Knoblauch mit reinhauen wollen? Knoblauch? Ja. Oder lassen wir den heute weg? Ich kann ja so drei Stückchen noch reinschneiden. Ja. Dazwischen stecken. Ja, hier jetzt vielleicht dazwischen, irgendwie sowas. Ja, genau. Genau, das machen wir noch einfach. So, jetzt ist der Topf brei gefüllt. Und jetzt müssen wir uns bloß noch überlegen, was wir an Flüssigkeit rein donnern, mein Spatz. Ja, Gemüsebrühe, habe ich mir gedacht. Gemüse. Wir können aber auch irgendwie an Hühnerbrühe reinhauen. Eine Knoblauchknolle? Mit der Zehe. Zehe. Ja, okay, okay. Also da sehe ich eine, da sehe ich eine, da sehe ich eine, da sehe ich eine. Also ist genügend Knoblauch mit drin. Ja. Ja, dann setzen wir jetzt schnell eine Brühe an und zum Neikippen von der Brühe, Deckel aussetzen, dürft ihr natürlich noch mit angucken. So, da leh. Da hat sie jetzt die Brühe angemacht mit noch ein bisschen Petersilie mit rein und die kippe ich hier jetzt einfach drüber. Ja doch, das sollte schon ausreichen. Zwiebelchen und so wässern ja auch noch. Und Moment, der Deckel. Schön gewässert. Und jetzt kommt das Ganze bei, sagen wir, 80 Grad, äh, 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen für circa eine Stunde, eineinhalb Stunden in etwa. Ja. Einfach einmal eineinhalb Stunden einstellen und gucken, was passiert. Wohlgemerkt in den kalten Backofen und dann erst einschalten. Ja, so steht es drin. Unterhitze, 180 Grad. Also, so steht es drin in, ähm, verschiedenen Gemüse-Dingern, wo ich gelesen habe. Weil, allein wegen der Temperatur und der Dauer, hat man halt mal ganz kurz reingeguckt. Aber jetzt eben nichts Spezielles. Ja, und jetzt warten wir es einfach mal ab. Ja, 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 ja. So, Leute, knapp eineinhalb Stunden später. Dann schauen wir jetzt einmal rein, ob das auch alles durch ist. Am meisten sagen, Gedanken mache ich mir über die Kartoffeln. Dann versuche ich jetzt eine rauszufischen. Aber irgendwo da unten. Und, 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 ne, die fühlt sich noch nicht ganz durch an. Aber es sieht schon herrlich aus. Kommt nochmal rein. Tja. Ich würde jetzt sagen, nochmal eine halbe Stunde oder so. Wenn es mal wieder etwas länger dauert. Eieieiei, wenn es nicht so heiß wäre alles. So, jetzt soll es aber ausreichen. Jetzt kluckert es auch schön. Wo war meine Testkartoffel? Da. Ja, die sieht besser aus. Huch, heiß. Heiß, heiß, heiß. Mh. Mh. Oh. Mh. 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 Da, dass du auch hier machen kannst. Mh. 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 wir irgendwie probieren und die brühe umzuschütten in einem topf wo spatzel drüben am herd dann noch eine schöne soße daraus bastelt und ich stelle natürlich danach dann die camp an herd da hätte ich die camp sogar laufen lassen können hat sehr gut geklappt hier gegen gehalten rein gekippt ja und jetzt stellen wir die camp rüber so leute ich habe die römer form wieder im backofen rein runter geht auch ja ich glaube noch 100 grad ist ja und was du da jetzt eine mehl schwitze schwitze das mehl ja gehen wir nämlich jetzt die flüssigkeit nach und nach hier rein wird eine weiße soße haben lecker 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 wird die eher dünnflüssig oder zähflüssig wie sie möchten eher zähflüssig hätte ich gesagt passt das irgendwie besser zum gemüse ja gut ich lasse euch dabei mit manu alleine wo halt aufpassen dass er seine krümpen entstehen der Milchschwitz soll ja eine weiße soße geben wird halt ein bisschen abgeschmeckt mit pfeffer ein bisschen muskatnuss und ein bisschen Milch rein das ist weiße eine helle Milchschwitz soße wird und ein bisschen Milch rein dann ja ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Muskatmus jetzt ist sie fertig und dann sehen wir uns gleich wieder es riecht ja schon wieder so lecker ich habe das Hähnchen gewürzt mit Salz mit Düroslav Klose und Knoblauchkramlatt ja Leute gestern haben wir auch Hähnchenbrust gehabt aber auf dem Prokost Salat oder wie sagt man da ja bürrischen Salat gemacht mit Jähnchen ja Streitchen drin und das war so lecker dass ich gesagt habe heute machen wir noch mal irgendwie ein Gemüse so Freunde dann gucken wir mal dass wir hier mal ein bisschen was von dem Gemüse auf dem Teller extrahieren na wo sind noch Möhrchen jawohl dann werde ich die Schüssel am Tisch stellen genau und du darfst noch ein bisschen von der Dose drüber tun und jetzt kommt das Wichtigste während auch noch die Mahne im Hintergrund die restlichen Filets oder oder was ist das jetzt Hähnchen Hähnchen Innenfilets oder was auch immer das ist vom Hähnchen fertig brutzelt mach ich mal probierende Kartoffeln mit der fertigen Soße lecker und das Hähnchen mit eins der leckersten gewürzten Hähnchenteile wo ich je gegessen habe brutal geil also Spazi das Hähnchenwurzeln hast du richtig drauf das Hähnchenwurzeln hast du richtig drauf lecker richtig lecker sehr schön also Gemüse ist alles durch ich geh jetzt essen hei 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 Bauch halten vor lauter Gemüse Leute ich muss euch sagen der Römertopf wird viel zu vernachlässigt das Gemüse wird so richtig 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 genial da drin ja das stimmt ja das Sößchen was du da draus gebastelt hast äh bloß die Milchschwitze noch dazu ja Milch Pfeffer Muskatnuss ja und ein bisschen Salzen fertig ey genial mehr braucht man sowas nicht genial genial dazu dann noch diese Hähnchen Innenfilets genau ja man kann auch Hähnchenbrust nehmen wenn man es ein bisschen klein schneidet ja natürlich kann man das äh saumäßig lecker also ich bin mehr als satt es ist auch noch mehr als genügend für morgen übrig richtig ja macht es einfach nach legt es auch ein paar Gemüsetage ein mit ja mit ein bisschen Fleisch dazu weil ohne Schmecktaulein also ohne Fleisch hätte es jetzt nicht so gut geschmeckt muss ich ganz ehrlich sagen auch wenn es Gemüse so richtig verdammt lecker war aber das Fleisch war dann noch das I-Tüpfelchen Fleisch ja gut Leute wer will kann nachmachen wer will darf ein Däumchen nach oben geben tut nicht weh und wer will darf noch ein nettes Kommentar unterschreiben und wer will äh ja wir machen jetzt Feierabend in dem Sinne Tschüss Tschau Ikovski bis zum nächsten Mal wir sehen uns bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020